Weltweit gibt es immer weniger Hungernde, aber mehr als 800 Millionen Menschen gelten noch immer als unterernährt. Darauf hat die Welthungerhilfe heute aufmerksam gemacht. Sehr ernst sei die Lage in 14 vorwiegend afrikanischen Staaten, in Burundi und Re-Eritrea sogar gravierend. Positiv wird vermerkt, dass der Hunger seit 1990 um fast 40 Prozent abgenommen habe.